Was passiert hier? Eine dieser beiden Mädels hat ihr Kiefergelenk ausgerenkt. Das kann manchmal passieren bei hypermobilen Kiefergelenken und man kann das wieder einrenken. Ihre Freundin steht leider auf der falschen Seite, das heißt man müsste von vorne an die Patientin treten und das Kiefergelenk nach unten und nach hinten schieben und dann schnappt das Kiefergelenk wieder ein. Gut gemeint, hat aber glaube ich nicht viel geholfen.